Aber, müssen wir auch ansprechen, jetzt als 98er-Angestellter warst du ja aber auch Trainer beim UFC. Ja. Ja, und das war eine heiße Zeit, Regionalliga Süd, Anfang der 2000er, dritte Liga damals. Und da gab es einige heiße Derbys zwischen den 98ern und dem UFC. Und damals Kapitän oder einer immer der wichtigsten Spieler beim 98ern, Zivo Juskic. Glatze, Kämpfer, Mittelfeld. Du hast quasi den Zwilling, bei dir Kämpfer, Glatze, Kapitän Matthias Dworzak. So, jetzt sag doch mal bitte, wie sind deine Erinnerungen an diese Derbys, die sind leider meist aus Darmstädter Sicht für Offenbach für dich ausgegangen. Richtig, also ich habe kein Spiel gegen Darmstadt verloren. So, das schon mal von weg. Habe aber auch kein schlechtes Gewissen, weil ich Darmstadt immer sehr, sehr geschäftsapft, wahrscheinlich deswegen der Erfolg. Ich habe die Darmstädte sehr respektiert, so sogar, dass die Medienvertreter gesagt haben, ja, dann doch, jetzt hören Sie mal auf, Darmstadt zu loben. Dann habe ich es aber auch begründet, der Michael Feichtmeyer damals, der hat mir das auch abgenommen. Der hat mir das abgenommen, weil ich gesagt habe, nein, ich habe hier Spiele gesehen, da hat mein Herz gelacht, der Elterne, da Costa, damals als junger 18-Jähriger. Meine Erinnerung, ja, frag mal den Juskic. Ich habe ja was Schlimmes gemacht damals mit dem Jungen. Ich habe die Spieleröffnung gesehen, zwei Innenverteidiger, die nicht so gut sind und damals schon Viererkette so ein bisschen. Der Michael Feichtmeyer, der Modern, kam ja aus dem Rangnickraum da, Stuttgart, ist ja auch ein guter Trainer heute noch beim DFB. Und da hat er immer das Ding aufgebaut über den Juskic. Der auf der Sechs gespielt hat. Dankeschön, muss man dazu sagen, danke. Und dann habe ich gesagt, wenn du den Jungen zustellst mit einer richtigen, uralten, antiquierten Manndeckung, dann ist dem ihr Ding tot. Und genau so war es. Die Innenverteidiger wussten nicht, wo sie hinspielen sollen, weil meine zwei Sturmspitzen haben die Außenzug gemacht. Ganz untypisch, sodass die zwei Manndecker, Hohmann oder andere, die waren frei, die wussten nichts mehr im Ball. Dann haben sie das gemacht, was ich wollte, sind schön in unsere Hälfte reingegangen im Ball und dann konnten wir herrlich content. Das haben wir zweimal hier perfekt gemacht. Später hat sie es ein bisschen relativiert mit Mose. Ach, nur einmal ist der Juskic, das hat er mir dann später erzählt. Ich habe ihn mal Jahrgang mal genommen. Sagt er, er wäre zum Falschmein. Er hat gesagt, bitte, bitte stell mich auf Libro. Der stellt wieder einen Manndecker gegen mich. Stell mich auf Libro. Nur Libro, das war genau das, was ich wollte. Dahinter hat er nicht wehgetan. Ja. Dann hat er den ersten Ball gehabt. Also aus damaliger Sicht, muss ich sagen, verflixt noch eins. Das hast du gut gemacht. Also kannst du auch ein bisschen was zur Atmosphäre sagen? Also jetzt hatten wir ja in der Bundesliga Spiele gegen die Eintracht, aber der OFC immer ein großer Rivale gewesen. Und ich erinnere mich, diese Spiele waren auch atmosphärisch immer total heiß. Ja, also eins muss man ja dem OFC zuguthalten. Dass da ein paar Leute damals ein bisschen gepennt haben, die Lizenz nicht bekommen haben, das ist ja unser Erfolg jetzt in Amsterdam. So fängt es ja mal an. Also müssen wir dem OFC ja Abbieten leisten. Ansonsten, was ich schon immer gemacht habe, ich habe größten Respekt vor der Emotionalität der Fans gehabt. Ich kam ja auch nach Offenbach rüber und da haben die mir im Vorstand gesagt, ja Herr Van Trot, wir wollen Sie ja zum Cheftrainer machen. Aber einen Mann, wo haben Sie? Das wissen Sie ja. Sie sind ja eigentlich ein Eintrachtsmann und so. Und dann habe ich dann, mit meiner Art, habe ich gesagt, Moment mal, ich bin zu der einen 1991, da waren Sie fast Deutsche Meister. Ich bin 1996 weg, viertletzte in der Zweitliga. Da habe ich gesagt, was wollt ihr eigentlich mehr von mir? Was wollt ihr denn noch? Ja. Da haben sie gelacht, die ich aufmachen habe. Da habe ich gesagt, okay, komm, ich unterschreibe. So ungefähr, so ähnlich war es. Okay. Ja. Also das heißt, nein, also jetzt mal zu den Fans. Ich habe immer, also weder, für den Verein, wo ich gearbeitet habe, war ich mit Herz und Seele dabei. Ich glaube, das kann auch jeder so bezeugen. Aber immer größten Respekt vor den eigenen Fans, vor den Emotionen. Also ich habe nie bei den Offenbarern, wenn die mal gegen die eintraten, dann habe ich gesagt, ich mache nicht mit, aber ich verstehe euch. Die Rivalität muss sein. Das ist auch schön. Finde ich auch schön. Das gehört zum Fußball dazu. Das gehört zum Fußball dazu. Atmosphäre mögen wir doch alle. Atmosphäre. Wenn die Lilien auf die schieben und die auf die, ist es vollkommen okay.